Ich würde gerne ein ganz kleines Buch schreiben und die an alle mächtigen Menschen dieser Welt schicken, wo ich dann vermerken würde, bitte denkt an unsere Welt, haltet die Welt in Ordnung, Klima, denkt bitte an unsere Kinder, Bildung, dass alle Bildung haben, Erechtigkeit. Und bitte denkt auch, ganz wichtig, den Reichtum ein bisschen zu verteilen. Wenn meine Mutter nochmal aus dem Himmel anrufen würde, wir hatten so ein hartes Leben, Schicksalsleben, wir geben nie auf. Meine Mutter, die auch noch viele Enkel mitgelebt hat, wenn ich sage, die ruft an, am schönsten noch mit Bildtelefon und sagt, guck mal, wir sind die ganzen Enkel, uns geht es wunderbar, Mama. Das wäre das Schönste.